So, Frau Präsidentin, Abgeordnete, Gäste, ach doch, ein paar Gäste sind da, und Bürger. Der Mink, auch amerikanischer Nerz genannt, lebt an Uferabschnitten unserer Seen und Flüsse. Ich möchte jetzt nicht alles wiederholen, was Frau Schlup schon gesagt hat. Das wäre dann zu eintönig. Aber ich möchte sagen, dass der Mink auch den europäischen Nerz verdrängt hat, der sich nun bloß noch auf wenige Ostseeinseln zurückgezogen hat und dort unter Naturschutz steht, unter strengem Naturschutz, weil er nämlich die Weibchen begattet und die werfen dann nur noch Totgeburten. In den 90er Jahren gab es diese Befreiungsaktionen, wo Frau Schlup schon von gesprochen hat. Da wurden von Umwelt- und Tierschützern, von Selbsternannten natürlich, sämtliche Käfigtiere entlassen. Und so konnten sich vom Mink nur noch 10 Prozent retten, denn die anderen 90 Prozent starben, weil sie als ehemalige Käfigtiere vollkommen degeneriert waren und sie sind dann qualvoll gestorben. Aber diese 10 Prozent, die haben sie dann ausgereicht zur Weitervermehrung und sind jetzt, meines Erachtens, in fast ganz Deutschland schon vertreten. Der Marderhund ist eigentlich der gefährlichste von allen oder der größte Räuber, besser gesagt. Denn durch sein geringes Gewicht kommt er natürlich auch in sämtliche leichte Sträucher und Bäume rein und räumt dann natürlich auch die Nester dort oben aus. Bei uns, meine Region, was? Ich rede vom Waschbären, ja. Entschuldigung, Entschuldigung. Gut, also vom Marderhund möchte ich hier nicht viel reden. Das hat ja Frau Schlup schon gesagt. Ich möchte bloß noch sagen, er wurde 1934 erstmals bewusst in Hessen ausgesetzt. Bewusst. Und hat sie natürlich jetzt sehr stark vermehrt. Er ist natürlich ein Kulturfolger und lebt dessen nicht nur auf dem Lande, sondern er kriecht auf die Hausböen und zerstört dort vieles. So, jetzt kommen wir zum Waschbären. Wie gesagt, in meiner Gegend, da hat er ein Schwarzstorchnest ausgeräumt. Der steht natürlich unter strengem Naturschutz. Und ich möchte noch eins anmerken. Eine Ausrottung dieser Arten ist nicht möglich, sondern nur eine Dezimierung. Die letztlich nicht besonders effizienten Versuche in der DDR in den 50er Jahren, die Fuchspopulation mit Vergasung der Bauten stark einzudämmen, zeigten grundsätzlich keine großen Erfolge. Es bleibt eine Aufgabe der Jägerschaft, mit traditionellem Weidwerk die Population dieser Schädlinge gering zu halten. Wenn diese drei invasiven Arten in Zukunft aber nur noch in Lehmfallen gefangen werden sollen, dann müssen für unsere Jäger und Fallensteller auch finanzielle Anreize geschaffen werden. Unsere Fänger haben auch Ausgaben bei der Anschaffung der Lehmfallen, gefahrene Kilometer und so weiter. Ohne den Fang in Fallen ist eine erfolgreiche Reduzierung nicht möglich. Ein weiterer Anreiz für unsere Jäger oder Fallensteller gibt es ja auch, es gibt ja nicht bloß Jäger, könnte die Verwertung der Fälle sein. In Baden-Württemberg hat der Deutsche Jagdverband die Fellwechsel GmbH gegründet. Seit Anfang 1917 werden in einer Abbalgstation in Rastatt die Fälle einer Weiterverwertung zugeführt. Sie werden entweder gegerbt oder getrocknet oder als sonst weiterverarbeitendes Produkt auf den Markt gebracht. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es noch zwei Gerbereien, in Plau am See und bei Norbrandenburg. Mit Kirchnern ist es ebenfalls schlecht bestellt. Die Voraussetzungen dafür, das Modell aus Baden-Württemberg auf Mecklenburg-Vorpommern zu übertragen, sind nicht allzu gut. Dennoch sollten Wirtschafts- und Agrarminister ein Pilotprojekt starten. Das wäre wünschenswert. Wir brauchen mehr Gerbereien und Abbalgstationen, um lange Transportwege zu vermeiden und die Verarbeitungskapazitäten zu steigern. Denn sie können von einem Jäger, der jetzt ein paar Tiere gefangen hat, die kann ja nicht noch 100 oder 150 Kilometer durch die Gegend fahren. Der möchte das jetzt irgendwo in der Nähe abliefern. Eine Unterstützung müsste auch die Kirchner-Ausbildung erfahren. Dann könnte die Nachfrage nach Pelzen durch intensivere Lehmfänge gestillt werden. Laut Aussage des Geschäftsführers einer Pelztierfarm, der im NDR zitiert wurde, ist eine Wirtschaftlichkeit der Pelztiertucht durch zu viele Vorschriften und Gesetze unwirtschaftlich geworden. Wenn das beabsichtigt war, dann ist das von Erfolg gekrönt. Jetzt wird sicherlich der Bedarf an Fällen durch die skandinavischen Länder Russland und China gedeckt. Und wie es in Russland und China mit dem Tierschutz aussieht, kann sich jeder denken. Es muss eine Einfuhr von Fällen, die in Käfighaltung produziert wurden, verhindert werden. Vermienen werden kann das nur, wenn die Verwertung des von der Jägerschaft erlegten Raubzeuges grundlegend verbessert wird. Und das sollte möglich sein. In der DDR hat das beispielsweise auch schon gut funktioniert. Es ist eine Sünde, wenn wertvolle Feldträger entsorgt werden. Feldverwertung schafft Arbeitsplätze und verbessert die Einnahmen der Jäger und Fänger. Das ist ein guter Ansporn und sichert einen dauerhaften Erfolg. Um das Raubzeug in Grenzen zu halten, durch diese Schädlinge werden die Nester unserer Brünenbrüder ausgelöst. Selbst Junghasen und Rehe fallen ihnen zum Opfer. Warum sollten irgendwelche neuen Wege beschritten werden, um die Raubzeugpopulationen einzuschränken, wo es uns doch unsere Vorfahren gezeigt haben, wie wir hier vorgehen können. Ursprünglich wurde der Rohstoff Feld nur von Wildtieren gewonnen. Und da sollten wir wieder zurückkommen. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank.